Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive mit dem René im Wingman-Motor. Hier sieht man so einen Rank. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auf Shortlist was reißen können. Ja, wahrscheinlich nicht. Ach komm. Pass auf, wie wir gleich kassieren. Vor allem du jetzt. Und zwar jetzt. Der kommt rechts, rechts, rechts. Ja, okay, alles klar, war ja besser als gedacht, klar. Ja, ich dachte auch nicht, dass wir die Runde holen. Kaufen wir schon, ne? Ich würde sagen, nein. Okay, Nick. Ich hol mir aber noch einen Molli. Molli. Let us go. Der ist schon durch. Gott. Weiß nicht. Weiß nicht. In Luckshot, Alter. Was? In sein Gesicht aber volle. Was ist all den Luckshot? Oh, jetzt immer noch nicht kaufen. Wir haben doch früchte Geld. The money in the bank. Gehen wir über rechts mal ruhig. Äh, ja. Let us go, my friends. Let us go, my friends. Ich hab kalte Finger, muss ich sagen. Nicht so geil. Oh, Mama. Oh, Mama. Willst du mich rollen? Wieder nur ein Assist, ey. Naja. Ja. Also für die erste Runde, Nick. Äh. Ziehen wir nicht. Was wahrscheinlich jetzt die letzten zwei Stunden schon inkognito gespielt. Gibt's zu. Ne, ne, ne. Ja, 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 ja. Ich hab halt die letzten Tage ziemlich viel gespielt. Das stimmt schon. Ach so, okay. Ah, der ist schon durch. Das ist die Bombe, oder? Ah, links. Und jetzt. Noch fünf. Ich hab' mir schon gegeben. Oh. Boah. 64. Ah. Oh, Neon Revolution. Uh. Anarchie. 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 Okay. Let's roll. Let's roll. Wieder rechts. Ja. Wir können doch mal mitte eigentlich. Oh, die war schlecht. War das deine? Die Nate? Ne, die Molli hier. Ne. Tunnel. Ist wahrscheinlich links hinten am spawnen. Hinter dir. Ne, da ist die Bombe. Hier, rechts. 77. Ne, da ist noch. Wo ist der letzte? Ja, da, ja. Das ist der. Tunnel. Oh, ich hab da nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, hab ich gemerkt, ja. Ne, echt nicht. Ja, ja, hab ich gemerkt. Ja, voll wirklich nicht, ne. Ah, nein. Nein, hab ich noch auch gekauft. Oben drauf. Ich hab, ich hab den. Wie viel hat der? Oh, hat der den gedreht? Scheiße. Ja, ich hab den genauso gegeben. Aber irgendwie hat es den nicht interessiert. Oder zumindest gibt mir das Spiel keinen Assist. Mitte, oder? Spawn, 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 spawn am Auto. Äh, spawn, spawn, spawn am Auto. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Echt nicht. Kannst du mir legen? Nee, kannst du nicht. Du hast mehr Geld als ich. Leg mir bitte. Let's go, my brothers. Ah, ist schon durch. Oh, fuck. Links. Beide, beide. Oh, da liegt ein Diegel. Oh nein, ich wollte die Diegel. Oh, da liegt noch ne Diegel. Oh, fuck. Oh, da liegt was Süßes. 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 Juhu. Oh, Mann, ey. Ja, erstmal die Flash hinterwerfen. Jawoll. Und wieder zurück. Ja, gimme, ja. Fünfmal. Fuck you. Wieder, ich krieg wieder keinen Assist. Was ist da los, Blaird? Spiralag. 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 Nein, Fatty. Du bist so ein Spassierer, Alter. Läuft er durch den Smoke? Oh, er frisst den Köder. Gott, ihr habt kalte Finger, ey. Ich auch. Ich hab kalte Finger, ey. Ich hab kalte Finger, 10 zu 2. Jetzt geht's ab. Ah, ja. Hier meine USP ohne Skin. Puh, Puh, Puh. Ja. Ja. Außenrum, glaub ich. Ne, hinten rechts. Ha! Hinter uns, hinter uns. Ich will dir verlieren. Was? Wieso? Ja, ich will noch eine Runde spielen. Achso, muss ich auch sowieso, ja. Boah! Boah, kippt der dir. Alter. Den hat er da mal erwischt. Hört gut, dann planen der halt nicht die Bombe. Ist okay. What the fuck, ey. Alles klar. Gib mir deine Waffe. Nein. Was seh ich da in deiner Hand? Ich wusste, dass du's sagst. Äh, außen ist einer noch. Außen, außen. Hab ne Acker. Können über uns spawnen kommen. Da ist die Bombe, ne? Ja, ja. Außen, eh, an der Wand. Ich geh außen rum. Und über links. Oh fuck. Ja, über links. Also bei dir rechts. Nicht dein Ernst. Hat ne Galil. Musste ne Männer geben. Lockerungen. Piep, piep. Wo ist der Boy? Aaaaah, scheiße. Neuun! Schade. Neuun! Was die die faste erwischt. Ja, aber nur fast. Links und rechts daneben. Jetzt kaufen oder? Ja, ne? Jaja. Aua, hat er mich fast verkauft. Not good. Dies ist nicht gut. Da liegt die Bombe. Kvaros durch? Ja, ok. Der hat immer noch seine Galil gehabt. Ja, der hatte noch eine AK. Okay, wir können den Sack zumachen jetzt, René. Mach mal zu, oder? Mach mal zu. Ah, da ist er. Oh, shit. Außen. Ganz weit außen. Oh, Alter, fuck it. Zwei Kugeln abgegeben. Ähm, hä, da... Wo außen? Da außen? Ja, genau da, ja. Äh, äh... Ich glaub, mehr geht innen rum. Wir können doch über die Leiter noch gehen und dann spawnen. Ja, jawohl. Schön. Ja, das war ne schöne Runde. Ja, lass den Like da, wenn's nicht gefallen hat, ja. Eins, Mau. Schau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.